Es geht nicht mehr so einfach wie früher mit diesen Noten, ungenügend mangelhaft und so weiter. Es geht alles jetzt in unserer politisch korrekten Zeit, haben wir neue Noten. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wissen, wir haben für Sie die neuen Noten mal vorbereitet. Also natürlich bleibt bei unserem politisch korrekten sehr gut. Bleibt sehr gut. Gut bleibt auch gut. Dann kommt statt befriedigend kommt... Alternatives Gut. Jetzt hätte ich bei einer Diebe es gut... Alternatives Gut. Dann die Note 4 ist auch neu. Die 4 ist halt authentisch. Dann die 5, gendermäßig, natürlich vollkommen korrekt formuliert. Die Schülerin, der Schüler hat unser vollstes Vertrauen. Und hier, meine Damen und Herren, kommt die neue 6 und sie lautet... Verdacht auf Hochtegarten. halfjegları, ich denke. 2. H Rei.